Willkommen zum Silvester-Special. Das ist frisch eingestellt in der Gehäusebau. Jetzt ist das Plasma-Laut spreche. Also das dürft ihr jetzt im YouTube-Roboter nicht mehr kennen, oder? Bin ich mal gespannt, ob wir es drauf lassen dürfen. Es startet. Also, Hand gemacht von der Pike auf. Was haben wir gesagt? Sogar einen Zirkel haben wir mit der Hand angefeilt. Ja, hier ist die Direktorin. Kontrollieren wir, ob wir alles richtig machen. Die Mitte müssen wir finden. Wenn es ein bisschen eiert, ist einer verkehrt, hat er, Fritz gesagt. Schauen wir mal. 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 Ach, das ist die Scheile, Mann. Der Rimpf ist gerade nicht angeschlossen. Geht's los? Ne, wie gesagt. Ach ne, es geht nicht los. Ah, alles klar. Jetzt geht er wieder runter auf 6, oder? Ne. Warte auf, was wirft, oder? Ne, mach mal, dass du uns zerfackst. Das ist doch gut, oder? Wir haben es aber nicht gemütlich. Wann kommt die Hochspannung dazu? Ach so, wenn du bereit bist, ich kann ja das nicht machen. Dann mach mal was da. Du musst da anmachen. Ja, sobald ich hier anmache, wird die langsam machen. So, dann mach ich zuerst. Jetzt zündet was. Geht verloren. Hier, hier drüben haben wir ein... Hier drüben, ich seh's doch zwischen. Ja, das hier muss zwischen. Ach so, das muss zwischen. Das ist meine Überspannung. Das ist schon das Problem. Es spruzelt nix mehr, ne? Hast du ein Kabel abgenommen, oder so? Das Kabel durchgehauen. Das ist doch nicht, weil ich hier verschoben habe, oder? Das nehmen wir ab. Ach so. Gucken wir mal an, die Wacke. Was denn? Also, ich hab ihn jetzt verschoben. Also, ich hab ihn jetzt verschoben. Oder hier, weil ich das Kabel weiter eingeschoben habe. Ach, du darfst das Kabel irgendwo nicht reinstecken. Das musst du dir abholen. In dem Video auch noch, oder? Nee. Ja, aber es war doch Wacke, wenn man angefangen hat. Ja, wie gesagt, dann bleiben wir in den Kabel. Ja, es ist mehr Wasser. Hat irgendjemand mehr Wasser reingehauen? Den hat noch. Ach so, den wollen wir dann sehen wir mal so. Alter, warte, fuck. Warte mal. Lass mal, nix. Guck mal. Oh, lol. Sie ging ein bisschen höher, oder? Das geht, nicht klar. Nee, oder? Krass. Okay, nochmal. Ach so, andrehen. Ja, warte mal. Ich mach wieder ab. Darf das drauf? Na ja. 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 Schwank. Das ist hier echt das Kabel hier. Das liegt ja bis dahinten. Ah, okay. Scheibe. Aber die Euphorie war kurz da. Das schlägt's oben immer so schön über, ne? In meinem Video ist es nicht so schön zu sehen, wie bei dir. Mal gucken mal, ob da was ist. Okay, da ist was. Oh, und jetzt ist es auch schön über hier. Ja, da machen wir's. Ja, da fliegt's. Ja, da fliegt's. Alles klar. Das hat sich insoliert da oben. Guck mal, da fliegt's. Cool. Ja, da überhaupt jetzt noch, ne? Was ist denn, Mann? Das war auch nicht mehr langsam. Das hat uns gepackt. Das hat uns gepackt, Alex. Das hat uns gepackt, Alex. Das ist so groß. Da unten. Könntest du den Dreck zum Beispiel? Wo sind wir neben? Ja, da hinten. Guck mal, von oben drauf. Mittig. Was siehst du denn? Wenn du mir fahrst, willst du es hinbrechen? Immer genau da, wo der halbretiert. Ach, hier drin ist ein Magneten. Genau. Und da dann halt die Spule zu. Ach so. Und hier hat's an der Seite mal nicht vorhin gefunkt so'n bisschen. Deswegen. Also, da kommt auch einiges raus an Saft. Hehehe. Scheiß. Das ist jetzt ein ganz normaler. Alkoholstuch. Sof, oder wie die Dinger heißen. Aus so... Dosen. Aus einer Dose? Äh... Es sind doch schon zwei Dosen. Also, zwei Unterteile von Tosen. Genau. Ah, okay. Ach so, und ja. Sof, ja. Aus einer Dose. Ja, das sieht doch noch mal rein. Aber ja, wem's zu kalt im Raum sein sollte? Sof, ja. Sof, ja. Sof, ja. Sof, ja. Sof, ja. Mit Dini ohne Transiston, nur mit Re-Switch. Als Power und als Trigger. Du hast ja nur noch ein Re-Switch, oder?